Hallöge Leute, willkommen bei Panito Gaming und auf ein neues Otto gegen die Früchte. Okay, ich bin ein bisschen runtergekommen, ich hab wieder mich beruhigt und bin bereit, diesen 100er Rekord anzugehen. Das hier ist meine letzte Chance. Das ist der letzte Part für dieses Spiel. Letzte Chance, in 10 Minuten 100 Punkte zu knacken. Sollte doch möglich sein, oder was? Was? Sagt ihr. Otto gegen die Früchte. Wow, wow, okay, die schnellen Kandidaten unterwegs, herrlich. Klasse. Gut, Ottchen, komm zusammenreißen. 100 Punkte rufen. Also, naja, ich bleibe optimistisch. Ja, ja, alles was ich jetzt sagen würde, würde das Gegenteil bewirken. Oder das Gegenteil sagen. Darum, ich bleibe optimistisch. Ja, wir schaffen die 100. Komm. Oh, okay. Ottchen, sei nicht so ungeduldig. Ruhig, ich lass den jetzt erstmal eine Runde machen. So. Geduldig sein, Ottchen, geduldig sein. Okay. Zack. So läuft's, ja. Schön geduldig sein. Ist zwar eng. Bleib geduldig. Okay, Freunde, wir haben den Rekord geknackt. Wow, was ist mit dir los? Okay. Wuh, haben wir getroffen, ich glaub's nicht. Nein, 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 nein. Oh, nein, Freunde. Ich meine, wir haben einen Rekord. Äh, was hatten wir? 47. Ja, vier, sieben Punkte mehr als vorher. Immerhin. Aber noch lange keine 100. Oh. Jetzt läuft der setzt wieder die gute alte Ungeduld ein. Ja, da, zack, sieht man's. Wenn die Stifter da sonst wohin fliegen, weißt du Bescheid. Junge, Otto hat keine Geduld mehr. Boop. Okay, ruhig. Otto, komm. Reiß dich zusammen. Lass die blöden Früchte hier eine Runde machen. So. Und schieß dann. Lass sie eine Runde machen. So. Ah, keine Runde machen lassen. Mann. Ich muss mir das so richtig einreden. Ein Mantra erschaffen. Alter, Obst, mach. Ah. Mann. Lass sie ihre Runde machen. Und dann knall dieses verdammte Obst weg hier. Ich mach mir heute Abend einen schönen Ananassalat. Das könnt ihr aber wissen. Ich snack diese ganzen Ananassi hier. Ananässe. Snack ich heute Abend weg. Ich sitze hier am längeren Hebel. Und wieder ungeduldig. 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 Böp. 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 Okay. Böp. 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 Ruhig. Lass sie ihre Runde machen. Ruhig, ruhig, ruhig. Otto. Runde machen lassen. Jawohl. Oh. Oh. Okay. Lass sie ihre Runden machen. Oh Gott. Schnelle Kollege hier. Nein. Oh. Mann. Warum? 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 Ruhig. Ruhig. Lass sie ihre Runden machen. Jawohl. Der gibt doppelt. Boom. Bleib ruhig. Lass sie ihre Runden machen. Ruhig, ruhig. Geduldig, geduldig. Geduldig. Böp. Geduldig, geduldig. Wow, 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 wow. Okay, das war eng. Nein. 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 Ich will das nicht. Ich will das nicht, dass der nicht trifft. Das regt mich auf, ey. Okay, der ist schon langsam. Wo können nicht alle so langsam sein? Ah, Mann. So, ey, ne. Ich will es nicht sagen. Es ist ein richtiger Scheibenkleister hier. Wie ich mir heute Abend einen Obstsalat machen werde, Leute. Ich werde dieses ganze Obst hier einfach wegessen. Ich stecke meinen Stift da rein und dann esse ich die weg. Ich sitze hier am längeren Hebel. Ich bin oben in der Nahrungskette. Dieses Obst denkt vielleicht, es kann mich hier irgendwie verarschen. Aber das werde ich ihm heute Abend mal zeigen. Leck mich am Zückerli. Mann, ey. Also herrlich. Freunde, das Spiel gibt es umsonst. Ihr seht, man kann hier sehr viel Spaß mit haben. Na, ha, ha. Ja, wenn ihr mal Bock habt, richtig auszurasten so. Ein bisschen Aggression abbauen. Dann ladet euch dieses Spiel runter. Wie gesagt, kostenlos App Store, Play Store. Easy peasy. Gut wird zwischendurch. Um mal richtig die Luft rauszulassen hier. Richtig schön aggressiv zu werden. Wenn man den nicht trifft. Falls ihr treffen solltet, Gratulation. Und bitte schreibt mir doch mal in die Kommentare euren Rekord. Ihr seht, ich knabber hier heftig an der... Da, da, ich... Dass ich überhaupt auf 50 komme. Wenn mir da jetzt also jemand 5000 reinschreibt, dann weiß ich, okay, der lügt mich an. Das muss nicht sein. Schreibt mir mal bitte einfach real euren tatsächlichen Rekorder rein. Falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt. Oder jetzt im Laufe der Zeit, weil ihr es hier gesehen habt, euch runtergeladen habt und spielt. Bitte sagt mir mal euren Rekord. Ihr seid... Also wenn es da einen Leute... Wenn es da einen gibt, ja? Der nur 10% geduldiger ist als ich. Dann sind die 100 zu schaffen. Ich bin einfach so ungeduldig. Ich will hier immer sofort schießen. Wenn es denn funktioniert, kann man natürlich in kürzerer Zeit deutlich mehr Punkte machen. Aber die Fehlerquote ist natürlich auch sehr hoch, wie man sieht. Gell? Ah! Ich hasse Obst. Ich beginne Obst zu hassen. Äpfel und Ananas kann ich überhaupt nicht mehr leiden. Auf einmal. Ruhig. Lass sie ihre Runden machen, Otto. Nicht zu ungeduldig. Oder doch? Ah, ich schlage jetzt die ganze Vorsicht in den Wind hier. Schieße die Teile jetzt hier ab. Ist mir egal. Nix Geduld. Knallen dieses Obst jetzt hier weg und gut. Ah! Blöder, schneller Apfel da. Wieso rast denn der da so lang? Wieso muss denn der so rasen, hm? Verdammter, schneller Apfel. So. So. boah boah boom boom pineapple apple pen pineapple apple pen aha ruhig ruhig zack zack pineapple apple pen nice oh Oh, Apple Pen Pineapple, Apple Pen Achso, ist noch alles davor Pen, Pineapple, Apple Pen Pen, Pineapple, Apple Pen Pineapple Pen Darum heißt das Spiel so, Apple Pen Weil man da so tolle Zungenbrecher mitmachen kann Pen, Pineapple, Apple Pen Apple Pen, Pen, Pineapple, Apple Pen Oje, Leute, sagt das mal dreimal Auseinander, dann kommt das ja nicht mehr klar Pen, Pineapple, Apple Pen Und wieder vermasselt Pen, Pineapple, Apple Pen Zack Okay, ich muss meine Missmut hier irgendwie Luft machen Indem ich ein paar Zungenbrecher einbaue Pen, Pineapple, Apple Pen Pen, Pineapple, Apple Pen Pen, Pineapple, Apple Pen Haha, dreimal, Freunde, macht ihrs nach Pen, Pineapple, Apple Pen Pen, Pineapple, Apple Pen Pen, Pineapple, Apple Pen Pen, Pineapple, Apple Pen So sieht sie mich aus Ja, ja, ja Ja, so sieht's aus, Leute. Euch ist da gerade was runtergefallen, ja? Eure Kinnlade. Hi, 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 ha, ha, ha. Otto, Otto, Otto ist ja gut drauf, heute, ja. Ich muss hier irgendwie meine Wut auf dieses Obst irgendwie überspielen. Mit dem Apple Pen, mit dem Pine, Apple Pen und mit dem Pen, Pine, Apple, Apple Pen. Alle drei hintereinander, naja, herrlich, Leute, herrlich. Wenn wir noch drei Gold bekommen, können wir sogar am Ende, auch wenn das nichts mehr bringt, noch einen neuen Stift kaufen. Dafür braucht man hier genau so einen Kollegen und den, bäm, da war es, 200. Können wir gleich noch einen Stift kaufen, wenn ich diese Runde ziemlich gleich verliere, schätze ich. Bumm, da war es soweit. Okay, holen wir mal noch einen neuen Stift. Den hier. Oh, der ist aber hübsch. Ja, cool. Warum hatte ich den nicht vorher? Mit so einem schwarzen Nagel hier. Kommt bestimmt besser klar, wa? Bäm. Naja, obwohl, obwohl doch. Nee, nee, doch nicht. Vergiss dies. Vergiss einfach alles, was ich sage, was ich gesagt habe. Okay, wir spielen jetzt nochmal eine schnelle Ungeduldsrunde. Okay. Schnelle Ungeduldsrunde. Okay, Leute, ich glaube, das reicht. Das reicht. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da. Schreibt mir einen Kommentar, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part, oder im nächsten Spiel, besser gesagt. Bis dann wünsche ich euch das Beste. Macht's gut, Leute. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.